So Kinder, es ist soweit. Das erste Mal ein bisschen trocken und ich setze mich jetzt auf den Hobel und werde mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde die Maschine mal so ein bisschen, werde mich mal mit ihr anfreunden. Die muss mich ja auch mal kennenlernen. Wird Zeit jetzt. Wir haben 8 Grad plus an der Wand und ich denke mal, ich bin gut genug angezogen dafür und ein bisschen Speck habe ich auch. Wenn die Rippen frieren werde ich garantiert nicht. Also wünscht mir Glück, ich fahre jetzt los.